Und der ist auch nicht hinterhergekommen. Kamera läuft! Da bin ich immer sehr unentspannt. Ja, und nun? Nun erzählst du mir einfach noch mal alles, was du oben erzählt hast. Ich bin heute auch nicht so motiviert. Ich kann dir nichts erzählen heute. Ich habe nichts im Kopf. Wann hast du was im Kopf? Ja, ich hatte noch nie einen Zettel im Kopf. Der wird immer umgedreht. Aufstehen, schlafen gehen. Mehr ist nicht mehr. Jetzt sitzt du hier und jetzt erzählst du mir halt irgendwas. Du hast mich da oben auch voll gequatscht. Naja, aber das waren Themen, die waren interessant. Hier, mit dir kann man noch nichts Interessantes quatschen. Was kann man schon mit einer Frau Interessantes quatschen? Eben hast du ja auch irgendwie über China und Autos und... Ja, das ist der Markt. Themen, die euch interessieren und ein Programm, das ihr mitgestaltet. Ausstrahlung über Facebook, YouTube und auf unserer Website. Passion TV. Das neue Fernsehen.